Huch, was ist denn da los? Thomas Gottschalk schwärmt ganz öffentlich von einer Frau, doch es ist nicht Freundin Carina. Sanft schmiegt sie sich an ihn. Es ist lange her, aber Thomas Gottschalk, 73, und Dallas-Star Deborah Shelton, 75, waren mal ein Traumpaar. Im Film »Zärtliche Chaoten 2« küßten sie sich, flüsterten sich Liebesschwüre zu. Und noch heute könnte man sich fragen. Oh lala, was läuft denn da? Thomas Gottschalk schwelgt in Erinnerungen. Denn Thomas hat Deborah nicht vergessen. Auf Instagram postete der Moderator ein altes Foto mit der Hollywood-Schönheit, schrieb dazu, »Wir zärtliche Chaoten sind jetzt alle 35 Jahre älter.« Und bei den Dreharbeiten auf Gran Canaria sollen sich Deborah und Tommy nähergekommen sein, es knisterte. Ehefrau Thea, 78, reiste damals extra ans Set, um Schlimmeres zu verhindern. Was wohl Thomas, heutige Freundin Carina, 62, dazu sagt, wenn Tommy jetzt in süßen Erinnerungen schwelgt? Erinnerungen, 23,3,4, bei dieser Beinwilz, 27,3,4, von Sunn, 25,3,4, von Sunn, 25,3,4, von Sunn. Dann ist erinnerungen, bis zum Schlimmeres zu einem Schlimmeres zu verhindern. Redung, 3,4, bei dieser Beinwilz, 8,4, von Sunn, 25,4, bei dieser Beinwilz, 26,4, von Sunn, 25,3,4, von Sunn.